Wenn wir an diesem 1. Mai nach Südkorea blicken, dann schauen wir auch auf Megakonzerne, die oft in Familienhand sind. Und die meist nicht gerade als Freunde von Gewerkschaften gelten. Auch Samsung nicht. Das größte dieser Konglomerate. Erst im Dezember wurden zahlreiche Samsung-Manager zu Haftstrafen verurteilt. Sie hatten über Jahre hinweg die Etablierung von Arbeitnehmervertretungen in Samsung-Tochterunternehmen sabotiert. In Seoul kämpft ein Mann seit Jahrzehnten für die Gewerkschaftsidee und gegen Samsung. Und für sein letztes Gefecht, wie er sagt, geht er nicht nur auf die Barrikaden, nein, er geht noch eins höher. Uwe Schwering. Gangnam-Style klingt jetzt anders. Seitdem über diesen Stadtteil Seuls Kim Jong-He thront, auf einem Kameramast, aus Protest. Dann wollen wir mal, aber bitte festhalten. 25 Meter über dem Asphalt, seit jetzt 327 Tagen. Herr Kim, wie lange denn noch? So lange, bis sich Samsung bei mir entschuldigt. Ich in die Firma zurück kann und die Löhne seit meiner Entlassung bekomme. Der 60-Jährige blickt direkt auf einen Samsung-Ableger, den hohen Turm da drüben. Kim sagt, eine Tochterfirma habe ihn 1995 gefeuert, weil er eine Gewerkschaft gründen wollte. Samsung sagt, ein sexueller Übergriff war Grund. Kim sagt, gelogen. Samsung schreibt uns, der Fall sei schwierig, die Tochterfirma verkauft worden, aber man bemühe sich. Kim gegen ein Weltunternehmen. Andere Gewerkschafter feuern an. Er bringt Hochdroben-Tütenkost auf Temperatur. Ich bin 1,80 groß, der Durchmesser hier oben ist aber nur 1,30 Meter. Nachts, wenn ich mich hinlege, muss ich den Mast umarmen, so. Und meine Beine muss ich dann hochlegen, hier drüben. Mein größtes Problem ist die Blutzirkulation. Frische Vitamine, Wasser. Kims Konzept hängt an einem dünnen Seil. Schon seit Jahrzehnten liegt er mit Samsung im Clinch. Das kostet Kraft. Aktivistinnen wie Frau Park halten die Versorgung aufrecht. Im vergangenen Herbst gab's einen schweren Taifun. Da konnten wir sehen, wie der ganze Mast gewackelt hat. Wie schwindelig ihm da oben wohl gewesen sein muss. Genossinnen und Genossen, die nach einer Visite zurückschweben auf die Erde, stets ergriffen von Kims Konsequenz und Charakterfestigkeit. Sollte er aufgeben müssen, Kompromisse machen und den Mast verlassen, dann wäre das für Kamerad Kim eine Schmach. Er könnte wohl kein normales Leben mehr führen für den Rest seiner Tage. Normal ist gerade nichts, aber Kim hat Beschäftigung. Unter sein Protestnest haben die Behörden übrigens Luftkissen drapiert, falls er doch mal auf richtig dumme Gedanken kommt. Beobacht镜 des Autos Wenn die Behörden übrigens Luftkissen wärlas, because of er diese nicht verhalten für die Bondoliste. Buildfunk